Tagschien Boys and Girls Ihr habt euch immer gefragt, wer meine Lieblings-Youtuberin ist Sie ist doch nicht so groß Aber man sieht ja hier schon am Namen, wie sie heißt Und zwar ist das ein saftiges Gnu Hat auf YouTube jetzt die 50.000 erreicht Und meine PS4 ist sehr laut, warum auch immer Ja, wie man hier sieht Also, wenn sie zockt, sie macht auch Streams Sie können auf alle Fälle mal vorbeiklotzen Aber die zockt richtig verdammt gut für ein Mädchen Also ich kenne einige andere Mädchen, die überhaupt nicht zocken können Fühlt euch nicht angesprochen Aber ich kenne sie aus eigener Erfahrung Von Real Life Und ja, genau Das ist sie halt Müsst ihr einfach mal gucken Streams, und ihr macht halt auch öfters Abo-Zocken Hat halt bisher jeden Skin In Fortnite, alles mögliche Und ja, schaut einfach mal vorbei Bis dahin Ich bin wirklich Ja, ich bin auch